so freunde herzlich willkommen also das gewinnspiel für diese playstation guthaben karte für den store playstation store ist jetzt offiziell vorbei der gewinner und die gewinnerin steht jetzt hier unten eingeblendet den oder der gewinnerin viel spaß mit dem guthaben und alle die nicht gewonnen haben seid bitte nicht traurig abonniert meinen kanal abonnieren teilen abonnieren teilen und die glocke aktivieren weil das nächste gewinnspiel ist bereits in arbeit wann das genau kommt ist noch geheim was also gewinn gibt ist noch geheim wo es was zu gewinnen gibt natürlich wieder auf meinem kanal also deswegen schon mal abonnieren teilen abonnieren teilen den oder die gewinnerin für diese guthaben karte alles gute herzlichen glückwunsch mal kurz dass du erfolgreich teilgenommen hast und ihr anderen die es nicht gewonnen haben oder die vielleicht zum ersten mal von gewinnspiel hören keine angst es gibt noch weitere gewinnspiel da auf meinem kanal deswegen abonnieren teilen abonnieren teilen und die glocke aktivieren und noch mal herzlichen glückwunsch für diese gute haben karte euer marco lorenz trotzdem danke auch für euer geschenk ich habe dir noch nicht gesagt trotzdem danke für alles